Eigentlich ist es nur ein Bagatellfall. Weil Markus Zimmermann auf der Autobahn zu Nochsell aufgefahren sein, musste er heute in Aarau vor Gericht. Dort ist die Situation dann aber so ausgeartet, dass sogar ein Polizei grosses Aufgebot ausrücken musste. Einzuheiten hat Peter Eibstein. Heute Morgen kurz nach den Zähnen im Perkli vis-à-vis vom Aarauer Bezirksgericht. Rund 40 Leute werden von Kantonspolizisten hier ins Perkli verwiesen. Dabei hat Markus Zimmermann nur wegen einem Verkehrsdelikt vor Gericht antraben. Er hat versucht mich als Mensch zu verurteilen, weil ich auf der Autobahn fahre mit einem Schnauern, von einem Lastwagen hinten. Ich kam gemütlich mit dem Tempomat. Ich bin offenbar aufgefahren, sagen Polizisten. Dafür sollte ich verurteilt werden. Ich bekam eine Klageschrift. 1'600 Franken Buss, 1'100 Franken Gerichtskosten, 29 Franken die Polizei kostet. Die armen Keiben müssen für die 29 Franken diskutieren. Der Anklagte nimmt aber gut 40 Sympathisanten mit an die Verhandlung und verlangt vor Prozessbeginn vom Gerichtspräsident eine schriftliche Bestätigung, dass der überhaupt kompetent ist, die Verhandlung gegen ihn zu führen. Er ist natürlich, weil ich beharrt habe auf die Legitimation, dass er mir das nachweist, ist er, tut mir leid, in Ecke getrieben worden von mir. Ich habe ihn eingeengt und gesagt, bevor er eine Verhandlung eröffnet will, die Legitimation müssen. Und er hatte keinen anderen Ausweg, weder sich so zu wehren. Und da hat er jetzt Macht spielen lassen. Das lässt sich der Gerichtspräsident nicht bieten. Er fordert die Verstärkung der Kantonspolizei an und lässt den Saal kurzerhand rum, wie Augenzüge berichten. Der Chef dieser Polizei hat dann eben gesagt, jetzt bitte auch in den Saal verlassen, er hat das mehrmals wiederholt und hat dann ein Ultimatum gestellt, jetzt sind zwei Minuten auch in den Saal verlassen. Dann ist dann wieder nichts passiert. Und dann sind dann vom Polizisten, vom Chefpolizisten, der da drin war, noch mehr aufgeboten worden. Dann sind dann plötzlich vor dem Eingang noch etwa fünf oder sechs rumgestanden. Dann ist der Richter dann als Erster, hat den Saal verlassen. Und dann sind alle ihm hinten reingelaufen und draussen sind wir dann für etwa 30 Polizisten empfangen worden. Einen solchen Vorfall hat man beim Aarauer Bezirksgericht noch nie erlebt. Den Prozess wegen zu nahem auffahren hat man dann nicht mehr gestartet. Entsprechend überraschend war es natürlich auch, was dort passiert ist. Und durch das Verhalten des Beschuldigten und diesen 40 Zuschauern hätte die Verhandlung gar nicht so stattfinden können, wie sie vom Gesetz her vorgesehen war. Der Beschuldigte Markus Zimmermann dürfte jetzt einen neuen Verhandlungstermin überkommen. Über den er wieder mit 40 Sympathisanten antrappt, weiss er noch nicht. Und wenn ich Sie gerne anlegen. Ich bin schon nicht sicher. Ich bin schon nicht sicher. Sie sind ja bei diesem Stoffe, ein paar Nächsten. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich möchte Sie das mitnehmen. Also ich bitte Sie. Ich bin nicht. Ich bin nicht, dass wir da sind sie zuerst mitnehmen. Du es jetzt hier. Also. Jetzt machen wir die Grundregel. Hier sind die Ton- und Bildaufnahmen verboten. Was ist denn? Ist das doch öffentliche Abschalten? Nein, die Ton- und Bildaufnahmen sind verboten. Es ist öffentlich, das kann jeder teilnehmen. Auch für die Presseleute sind die Ton- und Bildaufnahmen verboten. Auch für die Presseleute sind verboten. Nein, selbst für die Presseleute. Ich bitte Sie, Sie haben mich angeschaltet. Falls ich das sehe, würde ich Sie biessen. Das ist ja so. Als Schweizer Fernseher... Gut. Als Schweizer Fernseher darf ich Ihnen kurz daraus Bildaufnahmen machen. Deutsche Presse. Gut. Also, ich habe eine Handlung geblieben. Ich möchte Ihnen erklären, wer das anwesend ist. Halt, schwind! Hier drinnen ist es so, dass die Beschuldigte in einem Vorgang befragt werden. Die Anwesenden sind Zuschauer. Die Zuschauer haben nicht gehört, dass sie nichts sagen können. Wenn sie es akzeptieren, dann müssen sie es umfassen. Wir machen die Verhandlung neu in der Verhandlung. Ich möchte ganz klar wissen, dass das Gericht legitimiert für Menschen zu verhandeln, Urteile und Pflichten. Ja, das Gericht ist legitimiert. Wie tun sie sich legitimieren? Schauen Sie die Begründung von Urteilen. Die Begründung wird nach legitimieren. Schauen Sie die Begründung weg. Nach der Fällung des Urteils beginnen sie. Nein, das war es nicht. Sie können legitimieren, dass das Gericht Legitimität hat für Menschen, Urteile, Verfahren und sich. Wie fühlt sie sich denn legitimieren? Sie zieht sie Ihre Bundesverfassungsmodelle. Wer hat Ihnen einen Dokument eingestellt? Ich habe Ihnen ein Dokument zugelegte, Und ich möchte klärt haben, bis wir mal in das Rechtssystem drinstehen. Und sonst, wenn Sie nicht mehr auf das Schiff gehen, dann eröffnet ich mich. Nein, 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 nein. Bei Bad 90 zu legitimieren. Die Bad ist nichtig. Das ist ja nichtig. Das ist ja keine Intimation. Das können Sie Ihrem Verfahren drinnen? Nein, nein, nein. Das können Sie Ihrem Verfahren eröffnen. Bevor ich Sie jetzt noch einmal auf die Offenstelle anfange, ich will nicht bepackten, sondern ich will begünstigen. Sie sind Treuhänder der Person. Sie sind stellvertretend für den Staat. Und Sie sind in diesem Fall der Urheber der Person. Und der Urheber hat eine Antwort. Die Leid. Herr Zimmermann. Herr Zimmermann. Sie sind sehr gut. Ich muss mich als Mensch Markus sagen. Dann bitte, Herr Beschuldigte. Nein. Sie sind jetzt noch einmal auf die Offenstelle. Und sonst wird man sich nicht anwesert anschauen. Das können Sie nicht. Sie sind doch von einem stets der ersten Regikation. Und zwar ganz offiziell. Mein Dokument zeigt mir, warum Sie sie legitimieren. Das können Sie durch Menschen urteilen, retten und verhandeln. Das können Sie nicht anwesert. Das ist so, wie wir uns in der Bundesverfassenden. Nein. Die Bundesverfassenden ist nicht so. Die rücken Sie als Nächte gar nicht. Das können Sie nicht anwesert. Nein, der Professor hat auch nicht anwesert. Ja, genau. Und der andere Professor, die das anders handelt. Und können Sie nicht anwesert. Und man hat nicht anwesert. Bei anderen, bei anderen. Bei anderen. Wieso wird die Leute die nicht gewaltigen werden? Wieso wird die Leute die nicht ignorieren? Für mich als Journalist ist das sehr interessant. Genau. Er möchte für Sie eine Legitimation haben. Und Sie sind nicht bereit vorzuweisen. Ich bin als Journalist, ich habe ja gesagt, hier drinnen redet genau er und ich, so schreibt es mir zu Hause. Ich möchte ganz klar wissen, ob das Gericht unlimitiert und untere Erfahrungen verhaftet. Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Sind wir mal am heutigen Tag für eine gute Zeit? Nein oder nicht? Nein, Sie sind in der öffentlichen Bericht und Sie sind wir als Menschen und der Öffentlichkeit verpflichtet, Auskunft zu werden. Ja, wir kennen uns ja nicht als Instanz. Also Sie gehen von der Pause, von 5 Minuten, bitte alle den Salzgenauern. Schauen Sie, ich wollte Ihnen das nicht sagen. Sobald Sie eine Verwarnung eröffnet haben. Nein, das kann doch nicht mehr sein. Sie werden mich vorbereitet und dann hoffen wir auf den anderen Tag. Sie werden da, wenn Sie noch eine andere Einflate legen und dann hoffen wir auf den anderen Tag. Ist völlig nicht der andere Tag. Ja. Das ist doch nicht das. Das ist doch nicht das. Das ist doch nicht das. Das können Sie vorbringen, sobald wir Sie eröffnen. Nehmen Sie das, was Sie vorhaben? Schau. Wir machen jetzt eine Pause jetzt. So machen wir eine Pause. Was erwarten Sie denn? Ich bitte Sie alle den Salzgenauern. Nach den 5 Minuten. Es wird darauf bestehen, dass wir die Sachen leeren. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie, dass Sie das Salzgenauern haben. Das ist ein öffnetes Gebäude. Sonst lassen wir die Polizei da kommen. Ich kann nichts mit der Polizei anbauen. Ich habe nichts mit der Polizei anbauen. Ich muss Sie nicht verrohen. Ich halte einfach nur gewisse Sachen. Schauen Sie da rein. Hierin gelten Vorschriften. Ich akzeptiere Sie mehr. Nein. Schauen Sie. Es kann doch nicht sein, dass Sie irgendwelche Sachen verlaufen. Jetzt. Es kann doch nicht sein, dass Sie irgendwelche Sachen verlaufen. Jetzt. Sieh mir mal. Jetzt. Sieh mir mal. Jetzt. als Sie aufzuhören. Sieh mir mal. Dass Sie sich nicht mehr. Ich bin auch einig, dass ich mich gerade fragen würde. Sieh mir mal. Nicht Herr Zimmermann. Das ist eine Person auf dem Papier. Und sie ist doof. Und wie der Mensch, Markus. Also die Stunde, die den Postplanen, die die 15.000 Euro sind. Ja, das ist ja nicht so. Den schliebe mir das Befahre und folge den Kopf. Wenn die Person nicht existiert, schliebe mir das auch. Ja. Das ist ja nicht so. Denkst du mir das als Einsprache nicht so aufpassen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Stopp. Da steht drin. Die Person ist von euch. Die Person ist von euch. Ich sage es jetzt noch ein einziges Mal. Das ist Pause. Jetzt. Sonst können wir die Polizei noch vor. Ich bin nicht der Herr Zimmermann. Ich bin nicht der Herr Zimmermann. Ich bin nicht der Herr Zimmermann. Ich bin in den Händenzellen auf den Leuten. Ich bin nicht der Herr Zimmermann. Ich bin nicht der Herr Zimmermann. Ich bin der Herr Zimmermann. Ich mache das Handy. Kommt ihr hier meistens? Das ist eine gute Nacht, denn wir sind ja Wahnsinn. Ja. Wenn ich nicht gehe, ist der den Zustand, das ist ja nicht. Ich habe das Handy. Dieser hat der herz mitgegeben. Das ist ja und es war davor. Der hat der Herr-J Clay. Das war davor, zwei Vögen. Stellen wir auf dich verschwinden. Ja, das habe ich ihn angesprochen. Kriminalität ist zertifiziert, aber ihr wisst doch, was das Recht ist, ihr wisst doch, was das Recht ist, was das Recht ist, ihr wisst doch, was das Recht ist, ihr wisst doch. Die Schnuckere? Die Schnuckere! Was ist das, was wir hier ankommen? Also ich kann es Ihnen ankommen. Schön zu sagen, dass wir hier sitzen. Wieso hier sitzen und was sind die Regeln nicht untermerken? Wenn Sie von mir fragen, dass ich mich dann unterwirfe, dann sind wir in der Situation von einer Sklaven. Wenn Sie von mir fragen, dass ich mich dann unterwirfe, Nein, das stimmt so nicht. Unsere Verfassung und unsere Menschenrechte sagen... Sie dürfen Ihnen dann mal Leute abschlagen, der ich schon von mir sagen... Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da bin ich bei Ihnen. Ich gehe mit jedem Menschen sehr respektvoll um. Ich respektiere ihn. Und mein Grundsatz ist durch keinem anderen, oder wenn Sie irgendetwas zeigen, das durch den Schaden zuführen. Das ist mein Grundsatz. Und ich, und das ist der Grundsatz der Natur, nur vom Naturwert, dem Stalin. Denn das Naturwert, das ist Gesetz. Und das kann nicht ändern. Aber was Ihr da habt, und solange Ihr negativ nachweisen, was es richtig ist, solange ist das da, alles nur vorbei, und es sind angewiesen, bei Ihrem Firmen. Schauen Sie, und das können Sie klären, sobald... Nein, Sie können doch das vorhanden klären. Sie können doch mal... Nein. 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 Ist das eine Mundtüte, oder was? Das kann doch nicht sein. Nein. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass man ein Gericht, die offenbar nicht legitimiert ist, über eine Hände anbieten. Das stimmt doch irgendetwas nicht. Das stimmt doch wirklich nicht. Der Rechtsgrund, Sie haben zufrieden. Ja, also Sie mit dem Handy. Kennen Sie mir wieder das Handy? Der Rechtsgrundsatz von dem Gesetz sind alle gleich. Wir dürfen es nur hier vorhanden, nein, nein, Sie... Wir werden das klären, in der Form. Sehr lang. Der Rechtsgrundsatz von dem Gesetz sind alle gleich. Das heisst natürlich auch, dass das Volk kann erwarten, Bürger können erwarten, dass das für alle zählt, und wir haben ganz viele, in den Staaten, wo der Amts eingeschworen hat, die aber laufend vergehen machen, wo Strafrechtsfälle an sind. Auch wenn wir von der Bundesstraße vorhanden haben, wenn wir von der Bundesstraße ausgehen, wenn wir von der Bundesstraße ausgehen, dann haben es ganz viele, die gegen die Bundesstraße bis in die obersten Stellen die Justiz suchen. Also vor dem Gesetz sind alle gleich die Theorie, und der Bürger wird nicht so behandelt. Da appelliere ich an die, die an die Bundesstraße glauben, und an der Amtszeit, für mich ist der Amtszeit immer noch ein verbindlicher Rechtsakt, und nicht eine Folklore-Darbeutung zwischen dem Wahn und dem Aperativen. So wird es aber gehandhabt, weil es gibt ja keinen Ausstieg, wo irgendjemand die Einflacht einmal wegen Vergehen gegen der Amtszeit ist. Und das ist nicht wieder Ordnung. Da müssen wir die Rechtschirurgie, die Rechtschirurgie wieder richtig anwenden, müssen wir die Hierarchie umändern, in die richtige Position, wenn wir es nach der Bundesverfassung nach der Bundesverfassung haben. Wir haben aber immer die Amtsmacht, die wirkt, die man auch präsentiert, die man sagt, aber grundsätzlich sind Behörden für Bürger da, und nicht umgekehrt. Also wenn wir Behörden für Bürger wieder zurückerwarten, wenn sie den Amtszeit wieder ernst nehmen nach der Bundesverfassung, das sind dann weitere Fragen, die jetzt um einander gleich sind, als das, was der Mensch Markus freut. die man erklärt hat. Die andere Frage, die müssen wir dringend auch klärt haben, sonst fällt die ganze Schweiz auseinander. Und ihr könnt sie nicht zusammenheben. Das geht nicht. Weil nur eine Dominanz von oben runter kommt. Von oben runter, von aussen, von oben runter. Ihr müsst den Menschen, den Bürger wieder in den Vordergrund stellen und erst dann können wir wieder an der Schweiz arbeiten. Aber was jetzt läuft, das ist gegen das Volk. Das ist ganz viel gegen das Volk. und das funktioniert nicht. Tut leid. Frau Rommel. Das ist schön, wie Sie es gegen Sie, allgemein, für Sie alle drei, die Amtspersonen sind. überwärter. Das ist ein bisschen